Guten Abend. 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 nicht können erleben, nach Lange aufzuwärten, dass ich wirklich muss mit drastischen Mäsuren holen, kommt dabei, dass wir eben aus einem abbestimmten Umterrain nicht mehr genau können ausmachen, wo es sich ausstehen, der große, quasi Talstand von der Fall von Neuinfektion, das kann ich nicht genau zuordnen. Das sieht aus, dass das Virus generell und ziemlich überall spricht. Das kann ich nicht so und das tut als Kursprinzipal oder das tut dann auch nicht so schlimm. Wir sind auf einem Zeitpunkt, wo ich wirklich in Richtung globale Mäsuren gehen muss. Dafür sind die Mäsuren, die Loh annonciert, die man auch proposiert hat und man hat das schon mal durchdiskutiert. Und diese Mäsuren, mit denen man ein globales Resultat will kriegen, in dem Sinn, dass man die Kontakte und die Interaktionen an der Zoll probieren, rufzukriegen, an der Zoll und die Schrauben zu drehen, wo man einen möglichst großen Impact kriegen kann. Und da sind wir sicher, dass man einen gewissen Unzoll von Interaktionen ausgeschlossen kriegt. Und das fällt nicht so und das hat gerade diese, wo die Leute sich auch gestochen haben. Und diese Rang-Analyse kann die Haube nicht führen. Wir sind wirklich schon an einem Punkt, wo man muss ihn global zurückführen, an der Hoffnung, dass man wirklich schon ab drei Wochen die Tendenz, die man schon wirklich stabilisiert kriegt, an idealerweise auch wirklich einen Stickelchen rufkriegen. Das Risiko, dass es da außer Kontrolle geht, ist an diesem Jahr nach wie vor reell. Wir haben ihn hecht zu wollen und wir werden noch die nächsten Stunden an Dich ganz genau analysieren, als wir wären, was geschieht. Und in einer Pandemie, wie heute, gibt es kein Großzohn, entweder über den Geschehen unter Kontrolle, und das hat sich in allen seinen Moyen-Dropfen in der Kontrolle zu halten oder ein Gerät außer Kontrolle. Das geht wirklich an eine exponentielle Dimension rüber, wo man wirklich mit Multiplikationen von der zu der an zu kommen, die ihn wirklich nicht mehr kagieren kann. Nun sind wir noch einmal nicht mit dem Risiko, dass wir dahinter können, das nicht ausgeschlossen ist. Und dafür präparieren wir Reisen, man geht wirklich an einen anderen Diskurs, und das ist ein Paradigmenwiesel von der Welt, an dem Sinn, dass man wirklich nur gucken, eine Bewegung einfacher rufzukriegen. Wenn wir nicht wollen, also einen kompletten Lockdown, das wird alle anderen, die wir natürlich auch evitieren. Wir versuchen, im Maximum Normalität aufrecht zu halten, als Gesellschaft funktionieren zu lassen, dadurch, dass die Schule funktionieren, dadurch, dass die Wirtschaft funktionieren kann. Wenn das als Prämisse wird, wird es keine 100.000 Möglichkeiten, zu denen das viel Schwachweg handelt und drehen gehen. Was wir auch nicht können, zu diesem Standpunkt, das wäre wirklich nicht verantwortlich, das wäre einfach nur weiterzuführen, wie das Risiko, so wie wir ihn ausschätzen, standhaut einfach nicht zu groß. Das ist, irgendwo muss man etwas dazwischen machen. Was wir auch noch aussetzen, der das wirklich für maximalen Impact, auf Kontakte zu kriegen, die die Leute tun. Dadurch, dass man den Besuch daheim ruffuhren, ob das wird markant und am Anfang von der Pandemie, dass man da, wo man interagiert, auch nicht vielsichtsmaßnahmen, das kann man auch daheim nicht kontrollieren, nur am Restaurant. Ich meine, da sitzen wir noch auf einem gewissen Risiko, an dem Moment, wo man das effektiv von zehn Leute auf vier Euro fuhren, sind wir der Meinung, dass man einfach eine ganz gute Risikominimierung dabei könne feiern. Das ist wichtig bei dem Rassemblement, da wollen wir auch viel mehr strengen Masüren, Masüren, die auch gedauert sind, ich darf nicht mehr darauf achten, dass die Feuer ein bisschen als magisch zu, als Richtlinien beibehält, das ist Abfeuer, also im Prinzip Maskepflicht für das Rassemblement. Wir sprechen auch nicht mehr von einem Rassemblement organisiert oder non-organisiert, das ist ganz wichtig, da hat man viele Diskussionen, noch einmal an der Schömerkommission, da hat man die Idee, dass wir alle Rassemblement visieren, die soll sehen, dass es klar ist, dass die Leute einfach verstehen, egal wo ich mich rassemble, also die Bannen, die Bau sind, also privat oder nicht, abfeuer, das ist wirklich die Maskepflicht, die Mies. An über zehn, könnte eine Zusatzkonditionen eben dabei, dass man so in über zehn, bis zu einem Maximum von 100, und das, das muss ich nicht nur genau zu erklären, für wer 100, dann nicht 120 oder 80, irgendein Zuhlmusee festsetzen, wir wollen ein Plafond setzen, wo wir nach Rassemblementen ermöglichen, aber nicht an die großen Dimensionen reagieren, das ist zwischen zehn und 100, könnte nicht auf der aktuelle Sitzpflicht eine Zusatzmaskepflicht dabei, für wer, weil wir da wirklich in die Nummer absolut sicher wollen, in das zu tun, wo viele Leute bei Ihnen sind, wir wissen, dass das Virus wahrscheinlich nicht mehr lineal rundherum lebt, die muss nicht genau, sind zwei Meter, auch mal zwei Meter Distanz, bleibt immer ein Restrisiko, da sind sich aussticht, und noch mal eine Maske bleibt ein Restrisiko, wir schwätzen häufig von Risikoausschätzungen, das hilft, wenn wir die Dürbelsicherheit setzen, dass wir so mehr sitzen, ob zwei Meter, aber wir haben die Maske, und sind wir der Meinung, dass wir wirklich einen Schutz gesetzt haben, den heißt, aber wirklich Hölf, die Transmission fundamental anzudämmen, bei so Eventen, und dass das Risiko wirklich absolut minim ist, dass da, wo wir hinwollen, das zeitlich begrenzt, mit diesem Dürbelschutz für eben ein Maximum rauszuwollen aus diesen Situationen. Dann auch ganz wichtig, viele Diskussionen, die wir waren, wir waren also nach beschränkten Rassemblementen, bis zu 100 Leuten, wir wollen aber nicht mehr die Aktivität, Accessoire der Restauration haben, wir werden nicht verliehend, aber wir werden vielleicht mehr aussticht, wir wollen einfach, wenn wir das aus der Logik von den Kontakten, von den Interaktionen, den haben wir einfach nicht mehr als Plus und Interaktionen, wo wir da ausschalten, Bewegung ausschalten, dann auch ein Risiko ausschalten. Das leitet sich dach, aber doch hier bewegen, Maske ausdienen, wann sie essen, wann sie schwitzen, wann sie ein Glas trinken, so dass sie wirklich die Dürbel bei den Rassemblementen adoptiert, wesentlich zu konzentrieren, nämlich auf dem Objektivprinzipal von dem Rassemblementen, sie haben den Konferenzen, sie haben den Sport- oder kulturellen Event, mit dem Accessoire von dem gedrängt, sie ist, wirklich los zu innen bannen, für eben auch da, maximal Sicherheit können sie schaffen, dann noch das Risiko so klein wie möglich eben zu heilen. Dieselwisch, den Rassemblementen, gilt für den Couvre-Foe, ich weiß, das ist ein schwerer Schritt für uns, das kann einem schwer über den Klipsen, wäre das der Sinn von einem Couvre-Foe, das ist ein Appell, bleibt daheim, aber in einer gewissen Zeit, wird das da sein, man hat das auch nicht ähnlich, wie das wird ich für den erklärt gehen, und wann man davon ausgeht, dass generell hier im Land Leute daheim sind, um ihre Wauer, dann haben wir so viele Aktivitäten, einfach man hat, das ist einfach eine sehr von Quantität, die Interaktionen, die da sind, mit dem Risiko, den Hand an Hand geht, mit der Interaktion, die noch aus evidente Konzentrationen ist, es normalerweise einfach mehr heisch, als es geht, mehr gedrungen, mehr die Schlappe verhälen, dafür schätzen wir das Risiko auch da trotzdem mehr heisch an, ohne dass man dafür ein Beweis hat, dass sich mehr Leute aufgestattet haben, das ist nicht das Räsoniment, das wir feiern, geht wirklich darum zu gucken, wo können wir Risikoaktivitäten rufen, quantitativ, wenn man Männer Interaktionen hat, wenn man forcément auch Männer Risiko unter den Interaktionen hat, das ist das Ziel davon, wenn es Klängenzeitraum, wenn es dann auch klar an dem wir sind, wenn es ein ganz höheres Risiko, dass es ausüfert, als das an unseren Enden den Klängenpreis, den man vielleicht los sollt bezahlen, für den großen Preis von einem richtigen Lockdown zu evitieren. Am selbensten drei Exzeptionen detailliert sind, dann ist es doch logisch, dass um Elle Wauer Kaffee in ein Restaurant zu gehen. Das ist zusätzlich dabei, wir haben die Diskussion gefeiert, das Zau um Elle Wauer sieht ein Muster für sich selber, gucken, wen es sich arrangiert, um E-Luft dort zu sein. Ich meine, in direkt bei einem Restaurant wohnt, die Kaffee vielleicht um fünf E-Luft nach, das Beispiel, was in Prümmi ging, rausge an, man muss hinkommen, man muss das anrechnen, dafür, dass das auch E-Luft zu organisieren, das sind die Sperrstunden respektiert, da war kein Grund für E-Stadt, Restaurant oder Bistro in Zau zu machen, weil das ja ganz variabel ist, dafür haben wir das allineiert. Par Kontra haben wir auch einen Zusatz, maximal Belegungen festgehalten, auch für Kohärenz mit Trassemblementen, wenn wir so Trassemblementen sind an dieser Zeit über Maximum von 100 limitiert, da soll auch am Restaurant nicht mehr wie 100 Leute sein, dafür parallel zu führen, da sind froh, die direkt viel gestalt gehen, das war das doch schwer und voll sehbar ist, sodass man effektiv heute zur Konklusion kommen sind, auch parallel zu führen, dass am Restaurant maximal 100 Leute sein, genau wie bei anderen Rassemblementen. Wenn der Sport betrifft, ich meine das Riefer könnte, was man machen, Kontakt E3, wo er nicht auf Distanz nicht den Masken hört, soll er reduzieren, aber Maximum für viele Leute für das Risiko von Infektionen maximal anzudämmen. In der Praxis soll das über Rekommandationen geregelt gehen, dass in einem Gesetz ganz schwer den Detail von allen Sportarten oder kulturellen Event zu regeln. Es wäre doch nach das wo eine Pressekonferenz vom Sportminister kommen, wie der dann der Praxis kann aufleben, aber generell ist das an Rägel, die sollen überall können dekliniert gehen. Da muss alle Vereine funktionieren von seiner Aktivität, seiner Lokalität gucken, was das machbar und sagen, die kann ihn zu feiern in einem Grupp machen, die kann ihn nicht zu feiern in einem Grupp machen. Die kann ihn mit Maske machen, wenn sie Trompett spielen, das geht wohl nicht mit Maske zum Beispiel. Das ist ein einfacher Regel, das soll sein einfach und dann gehen davon aus, dass sich noch unhandvolle Rekommandationen in einem Domain ausmahlen, was man kann machen, was man von Freiraum hat, was von Gestaltungsmöglichkeiten hat. Die Ausnahmen, die wurden schon annonciert, gibt es keine Änderung dazu, das ist die Ausnahmen aus dem Sport, für das Championat, an der ewig der Division, bei Senioren, das ist eine Limite bei einem kleinen Bereich, das ist nicht ein globales sanitären Impact, aber es quasi paraprofessionelles Menschen, und auch für die Nationale Senioren. Auch im kulturellen Bereich, man schon präzisiert, geht um Regierungsrote, professioneller umwirkst, sollen die Exzeptionen gönnen, für den Grand Publik, als Riesel von der Feier, die sollen verständigen und respektiert gehen. Wir hoffen, dass man ein gut Adheranz kriegt, und nicht zu viel Interpretations Spielraum kann. Da kommen noch zusätzlich dabei, es wird auch viel zu fassen, dass generell an unseren Geschäften nicht viele Probleme haben, das Ganze zivilisiert, aufgelaufen, mit der Maskenpflege, noch viel kleinwutiger und Flühen organisiert. Wir haben ein Risiko, gerade an der Situation, in der wir sind, bei den Grundsurfassen, wo tausende Leute bei ihnen sind. Da haben wir die Proposition gemacht, an der Schomburg-Kommission in der Breed, dass die Grundsurfassen definiert, über das Gesetz, über 400m kreis, dass ein Riesel hat, von einem Klient auf 10m kreis, der den Schlüssel, den RKI an Deutschland erlebt, dass den Auflück von den Leuten zu reduzieren. Wir sind der Meinung, dass auch das wichtig ist, gerade am Hirschwander, wo die Tendenz sind, an einen Shopping-Mall zu gehen, sie riskieren, dazu ganz viel zu sehen, zu mehr wie Eis lebt am Moment. Dann haben wir nach Zusatz Masüren auch proposiert, wir können über die Prädemand d'Oeuvre auszuweiden, wir sind schon am Gängen zu gucken, Leute von der Lux her zu kriegen, die Ausgebild geben, eine Madame Tweissing zu schaffen, dass das Stand vom Gesetz haut, wird nicht möglich , weil Beamten an Employee limitiert, als Zeit, die kennt, aber die generelle Problematik, die wir haben, unter dem Ressource Humain, dass der Tod in Guzera die Möglichkeit zu gehen, für eben die Wattw von Prädemand d'Oeuvre, zur Zeit nicht können voll schaffen, gegebenenfalls bei Eis mit einer dementsprechenden Formation an den Ersatz zu kriegen. Dann haben wir auch die Däsion geholt an der Loi hospitalier eine neue Kategorie auszuweisen, die wir so nicht hatten. Das ist nicht, dass man nicht nach Beta haben, die aktiviert sind, mir egal an Fung keine Kategorie, die eine Krisekategorie wäre. Das fand man eine gute Sache. Ich kann auch eine Krise vorstellen, wo das wichtig wäre. Da hat wir eine Modifikation gesehen für ein Dure von 12 meint, Lieder Reserve Sanitär können sie akkordieren mit dem entsprechenden Finanzierungsmodus. Wenn ihr seht, wir sind an einem Planungssystem. Heutz Lütze wird rund um Spidol zu Bata, dann muss sie eben auf die begrenzten Dure etwas finanzieren, weil das nicht an permanenten Bestand aufflägt. Es gibt eine gewisse Flexibilität mit Spidol Modellen zu fangen, die in Erkans Haus hat es besser aktiviert. Um Niveau von den Strophen würde ich gerne klarstellen, dass wir auch die Regierung propos gemäht haben für den Minimum von Amand, den Amand ab 25 als für den Unze hier, wenn auch höre Menge für die Gravität von der Situation zu unter streichen, der Minimum gedroppt zu 100. Das ist die Fortsch von den Amand die die Person füsi kann kregen und sich nicht in Trägel in Höllen leiden zwischen 100 und 500. selbstverständlich Organisatoren angeht, die hier eine Amand in einem anderen Artikel steht, da es zusätzlich die Sperrstunde kann mit Sanktionär geben, in Respekt ist dass das Maximum von 100 Leute auf einem Rassemblement kann aufgestraft gehen und die neue Regelungen an den Grund zu fassen als dort aufgedeckt. Das ist für viele Menschen. Es hat eine Reihe Kommunikation schon gekriegt, aber aufgrund von einer Affluence die an den Urgencen vor über die Wiggen und wo ganz viele Leute kommen sind die nicht grave Covid Patienten waren mit Grippesymptomen und das gemacht und direkt bei den Doktor hatten wir effektiv das in den nächsten Auflück wirklich der war konsiderabel war an den Urgencen und dafür machen wir den nächsten Centrum der Konsultation Covid Urlaub ab ab morgen ab morgen geht den op und wir werden dann abschätzen wenn jemand den nächsten Nachfuhren muss gucken wie das ist lo ab handelt über die nächste D ist ja da merken sich für er frohen auf guten hohen das Dines Kurs hat vom Litzewoer Land schon zwei frohen die eng das 50% von den Neuinfektionen nicht kann zuordnen für was kann dann der Bildungsminister so diese Idee so und dass Infektionen innerhalb vom Schulmilieu stattfanden an die Zweit froh was eigentlich die Definition von einem Infektionsherd an einer Schule was bedeutet das weil du die Diskussion ob könnt ob drei vier oder fünf Infektionen in einer Schule in Infektionsherd sind oder sind das klaster und was sind das die die ist froh die Transparenz gibt das die Proportion von denen die können zu in Europa geht parallel auch die Ursache die man gesehen die die hauptsächlich können so geordnet sind und da taucht die Schule nicht ab aber nicht als etwas was gibt anormale vier Stärchen ich meine groß dass es rüber geht auf den Rest der Familie da das mal 30% da können Arbeitsplatz schildern das alles relativ und differenziert das effektiv so dass Schule nicht bei Eis abfällt da sein Platz gibt so da geschieht aber extra viel oder da sind eine Tendenz dass das da an luch geht das sind aber auch Sachen die man da für die monitore als die die Sitz ein Parallel von Claude Maischhaut ich denke Pressekonferent oder ein Interview ich weiß nicht ob Dr. Schmidt mehr Details sind aber Definitionen sind relativ klar am Stufe Plan wenn man es muss ein Unterschied ob man einen Fall feststellen oder ob man feststellen ob ein weiter ging als an dem Grupp das ist so eine Nuance wenn man bis zu ein gewisser unzweil feststellen dass das weiter gegangen ist dann an einer Schäden der Infektion die identifiziert ist grundsätzlich wenn immer das Entwirt gebraucht wird ich weiß das von einem Geschehen auf einem Platz wo ich merke dass Infektionen sind die wirklich aufhängen dort zu sprechen dort und rum zu sprechen die könnte perfekt an einer Klasse infizierte da wo ich nicht kann weißen dass das da auch gestorben oder wo das offensichtlich von einem Familien member oder wie auch immer dann die nächsten Infektionsgeschehen auf der Platz das ist der Unterschied in einer Situation wo ich weiß wie du hast an dem Service weiter gegangen an den Alters haben die Situation wo in wirklich Kason du hast wirklich weiter gesprungen von den anderen das sind die Schäden und das am Stufeplan eben auch relativ genau zum Stufeplan abrufen zu haben vielleicht als Ergänzung weil du den Stufeplan aufschwärzt genau bei dem Stufeplan habe ich auch ein Problem in dem Kommunikation vom Edukationsministerium steht also Kangeninfektionen innerhalb von der Schule ob Stufe 1 und dann Stufe 2 und da gibt dann als Definition dass sich wahrscheinlich nicht innerhalb von der Schule gestach gehoff aber das hilft ja eigentlich dass nicht mit Sicherheit zu sollen dass nicht doch Ava Infektionen innerhalb der Schule geschieht sind in der Woche ob die sich den Kommunikato bezeiht wenn es wahrscheinlich geht schwarzt dass man nicht genau wieder zu da kann man das nicht behaupten das kann beweis du dass es so ist und das differenziert dann in dem sin zu nächsten Stadion wie kann du gesehen was geschehen an der Schule ich habe es zum Tageblatt genug und könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr zu den Strophen suchen wie gesagt das ist 100 Euro oder 500 Euro ich denke dann werde ich es Montag sehen aus 100 von Euro feiert schon wenn man den direkt bezählt da wollte ich auch noch fragen ob es gibt det zu dem präde man d'oeuvre da gien vielleicht sind du auch eine andere entreprise die die könnten man drange oder in andere felder wie lund den tracing weil ich meine auch gewissen so was fliege personal geht ja das soziale jeng piste die kagoo und dafür fanden man der präde man d'oeuvre und als prinzip habe opgemacht dass sie in die richtung rekruttieren in moment kein einer wir schaffen mit den ekipen von der armee die beistoßen an eben eine größere ekip von der luxe haben nur ein appell die die mobilisieren aber natürlich kann ich vorstellen dass sie noch zurückgreifen für andere besuchen oder administrativ besuchen oder so die ein kind aufdecken wie gedenkt er die lücken an der pflege zu füllen die schwarzen ist ein Problem das gibt und die agressiven embouchst strategien im Moment für das Land hat mich nicht gebraucht um das Problem zu entdecken das schon am rapport leer durchgelöst wie die Situation am pflege und gesundheitssektor ass im Land das sich an der Krise weist akut weist darf eigentlich nicht überraschend sind was man machen wir hatten auch über den weekend mit der cns mit den doktoren ganz gute reunionen wir sehen alles was man kann intern an der organisation mobilisieren für dieses Beispiel wir haben durch Qualitäts abläuern ganz viele administrativ arbeiten die Auffälle wo Pflegepersonal sich mit reporting beschäftigen da sind wir zu gucken kann man nicht so sagen ausklammern ein bisschen an der Logik schied für den Kahn und Front wir haben gemeinsam erforderst dass das von allen Seiten von den Akteuren begreift gehen als dass man wirklich soll bei alles intern gucken was kann man alles mobilisieren man einfach plan neue Post gehen nach weiter rekrutieren die Idee kaum auch von den Akteuren vom Terrain auf den Deutschland ich schaffe sie noch alles auszuloten was man auch von Möglichkeiten tun und da war eine große Beritschaft von der CNS kann das eine Pandemie und wir können ganz gut feststellen verschiedene Obligationen irgendwo auf Eis legen das muss natürlich nach dem Detail gucken ob der mal schaffen ein Wunder Piste wenn Ihnen eine Idee hat Sie wissen was da mich fand ja das geht nicht einfach ich bin froh bin froh relativ viele froh im en ersten Clip beim Jurentraining gesagt bis viele Leute können trainieren du hast froh dass ein Trainer da dran ist froh dass die viele Leute oder fünf Leute beim Training die Feierleid ist die Gruppe parallel zu dem Maximum von Feier rast wird vom Risiko hier geht da wird auch eine Maske organisiert das hängt davon auf dass die Gruppe dran das ist und das ist so aufhängig vom Kontext vom Sport dem es geht dass man wirklich die geduld nach zu den Sport Minister sehr sorgt um die Rekommandationen zu kommen wie das kann ausgesehen auch ich kann sagen dass die Föderationen sich ganz viele Gedanken gemacht tun sie haben Konzepte für sich die werden an dem der Dutton Dunn überschafft gehen für das Duklo hat gekannt wird das bedeutet wie leiden das aus das wird dann den nächsten Dich kommen die Schnelltester zu führen die den Handballverband soll kriegen wo das Sportminister auch will probieren vielleicht dann den Ekipe Sportdaten zu testen wie verlässlich sind die Schnelltester und wie sie optimistisch können abbauen Schnelltester sind so werde ich mich erinnere von der Last die vier Kategorien und professionellen die die verurteilen können ich geschickt müssen gehen darüber zu gucken dass effektiv die medizinische E-Volue und andere Sektoren kann den Sorgen setzen das Schnelltester ist das in man performant sind natürlich wie klassisch PCR aber das könnte in verschiedenen Kontexten durchgehen also wie gesagt will ich nicht definitiv antworten mich gut die Aufruh des Weekend von der Föderation gestalt Merci man nicht mehr an der Großregion rekrutieren, denn ob das ist, weil man zu viel diplomatischen Druck hat in der letzten Zeit. Das ist sicherlich ein Druck da. Ich muss schon auch selber, ich meine, ich finde, das spielt sich nicht wohl an der Situation, inkluden Spidele. Ich meine, wir haben den Druck von beiden Seiten. Es gibt immer dafür Spidele, wenn wir die Posten, weil das auch Resultat ist an dieser Situation, dass man wirklich als ein Opel-Länder an einer akuten Situation leidt, in der Schule, und dann hat keiner das begreifenswert gefunden. Dafür, wo man alle guten Ehen zwingt, da war auch ein Gewissensproblem, dass ich mich genau so wirklich darin für mich zu gucken, was man machte, was man machen kann, was man machen kann, was man machen kann, was man machen kann, was man einen guten Block rekrutieren kann, was man bei uns mobilisieren kann. Das ist beides. Das habe ich nicht ganz wohl gespielt, als ich die Konsequenzen gelesen habe. Was das hat, dann ist ein Geschenkund, dass man sich vielen anderen Leuten nicht ähnlich ging. Ich bin ganz froh, dass man da immerhin schnell an eine konstruktive Dynamik kommt, sie finden so, und gucken mal mal, was kann man bei uns nachher irgendwie freischöpfen für umzulehren. Okay, das hat mich nicht von außerhalb rekrutiert. Ich kann das nicht ausschließen, also sowieso, wir deciden ja nicht, wenn in einer Nase schalt, Europa ist ein opener Markt, wenn sich bei uns melden, melden sich, also mit dem Moment, wo man auch mal die Dote fährt, die Stufen, ich meine, die hat froh gestellt, wir hatten etwas akkordiert für die Phasen 1 und 2, und da sollten wir uns zusammensetzen, den Bilanz machen, wie geht es, was brauchen wir, das wird mal gemacht, und da sind wir eher so, und es geht noch nach Neuposten, probieren wir das da auszuloten, weil wir da dabei rausgehen, da muss dann leider auch noch eine Chance geben, sie schaffen dort drinnen, und da muss man sehen, wird man freigeschöffelt kriegen, wie es ausgesagt, wenn wir Posten müssen gehen, dann gehen die ausgeschnitten, und können sowohl Lützebeuer wie Jütteverein sich natürlich dort melden, das ist ja nicht so, dass man das in der Dote könnte verbinden, aber das ist nicht unsere Wunsch, sondern diese Intention, direkt durch den Plan zu sprangen, aber ich da einfach einmal intern zu gucken, was machbar ist. Okay, oder dann, aber etabliert man die Spidele, wie viel sie da brauchen für die Phasen 3, also wie viel muss man da intern umgeschickt gehen, wie viel zusätzlich Leute sie brauchen? Das ist so ganz genau mathematisch, kann ich nicht nachfragen, weil man tributär sich von einem Phänomen, den Schleswig-Hol schon geschickt hat, muss man auch der für der gucken, wie man absentee ist, muss das, wie viel sind immens vielleicht in Quarantäne gewesen, dann in Isolation. Wie viel wüsste da aktuell, da in Quarantäne sind? Nein, ich habe es gesehen, Kopfhüter, so genau haben wir es nicht abgeschlüsselt, aber auch da sind wir am Gängen, noch Solutionen zu gucken. Wir gucken, ob es da irgendwie, ja, der für der hat eine Funktion von dem, was geschieht. Und her, wenn man mehr Neuinfektionen und wenn man doch mehr an dem Sektor hat, und dafür auch da, ich meine, das Ziel muss es wirklich sein, einfach die Neuinfektionen hochzukriegen, weil das hat so viel kollaterale Effekte, wenn man extrem viele Neuinfektionen hat, wenn man immens viele Leute in der Quarantäne hat, wenn man das kompromittiert, wenn man das Personal deckt, sowohl an der Schule wie an der Spiegel, das hängt alles zusammen. Und wenn man eine magische, mathematische Formel hat, wenn man das andere könnte, dann brauchen wir das. Das sind alles Richtlinien, die man hohen Diskussionen lohnt, unter dem Personal, die wir wirklich drauf fokussieren, zu gucken, wie können man, was können wir unter dem die Quarantänen machen, können die am Männagieren, gegebenenfalls am Gesundheitssektor oder nicht. Das geht dann an Länder, die Pisten, die man am Gängen sind, zu gucken, an eben noch intern Personal nach weiter umzulehren, eben Taschen zu changieren und so weiter. Okay. Wie die Projektionen darüber, wie von der Taskforce für die Hospitalisationen sich werden entwickeln, die sie auch noch wieder selber gesucht hat, relativ stark an Blut gingen. Also, das wird man real sehen. Und ich war die letzte Woche, weil ich schon gefreut habe, ob da Projekte von ihnen sind. Aber was sollen die so viel rausgehen? Ich habe mir jetzt die Hand, wie die, die da auch kennt, die öffentlich sind, die Haut sind gekommen. Ja. Aber gut, es sind immer noch Projekte, ich kann nicht immer noch ausgehen von dem, was den Haut gesagt, das ist immer die Exponentialität, wenn man den ran injektieren. Dann sehen wir natürlich, dass es katastrophal ist. Ich kann ihn projezieren, wenn das Däbel bleibt. Ich meine, ich weiß, es ist klar, das wäre der Stand, letzte Woche an den Paragen, bleibt das Gäbel, mit dem schweren Gäbel, wo man auch probiert, über den Appell Vigilanz zu gucken, den Ruf zu kriegen. Wir geben gerne den Ruf, kommen das ganz klar. Wir sind ja in einer Stresssituation auf dem Niveau von den Sohlen. Und das sieht man ja über alle Parametern. Das spielt sich an den Laboskapazitäten. Wenn wir viel testen, da muss man Personal haben, die das machen. Wenn man viel positiver haben, haben wir viel Isolament und so weiter. Das hängt eben um Änderung. Also, das spielt sich auch an den Spiegel, an der Funktion von der Altersstruktur. Das ist extrem variabel. Ich meine, das ist einfach mühsisch, da auch eine Formelmagik zu developieren. Wir wissen, wann Proportionen, die absolut zwölf Jahre und allem auch von älteren Leute heißen. Da kann ich rechnen. Ich meine, ich habe letztlich gesagt, wir hätten das gerechnet. Die wird die letzte Woche geguckt, während rund 20 Prozent mit dem Isdarmspidol rechnen. Mit dem Maßstab können wir ungefähr eine Projekte machen. Also, wir haben dafür nicht schuldig, ob Proportionen von den älteren Anblick, aber auch die absolut zwölf. Weil das Staat wird determinant, das wirklich für eine Überbelastung auszuladen. Okay, dann noch ein Verständnis vorweg schon in Dutmatt, denen eben meint, dass über hundert Leute schon gefroht, ob der überhört waren, an denen leichten meint. Sind sie nur noch erlaubt, weil, ich meine, am Text steht, sie wären nicht mehr erlaubt. Das ist nur verbunden. Ja. Und für den Samstag, wie man im Regierungsrät zu sagen hat, hat er doch nicht gesagt, sie müsste notifiziert gehen. Man ist nur gefroht, ob das eine neue Maßnahme ist, die das soll, ob sie nicht mehr erlaubt sind. Ja, das ist ein neu an dem Sinne. An der erste Phase, ich glaube, die akute Evolution kommen, als hätte man als Fäßigungsmausnahme von Gull gesagt, dass Eventen abhängig gewisse Arbegräser sollen notifiert gehen, am Konzept in der Plasas, für das muss man wirklich einen Wüttrop kriegen. Jetzt sind der Eventen, aber ganz klar, überhundert, dass nicht so viel an Heuer sind. Nein, es geht einfach überhundert, weil die Sicherheitsmausnahmen, die man will holen, für einfach dort, wo viele Leute sind, das einfach nur mal zu erbannen. Wo wird das noch? Am Kultursektor oder am Schottwürg? Ja, Kultur. Ich denke, ich weiß nicht, ich kann nie Sportsmatchen gucken. Ich kann mir aber vorstellen, dass bei verschiedenen Sportsmatchen sicherlich mehr wie hundert Leute mal sind. Das lohnt nicht mehr? Nein. Okay. Ich bin den Überblick verlor, mir eingefrohen, so wie die Fallmatch wichtig ist, bis da wenig Gesetz gestimmt geht. Ich habe sicher nicht. Mit den Kunden-Tassurance und das das alles so schnell wie möglich soll gehen. Das Navi vom Staatsrot aufzuwerden, ich habe mir absolut am Gardevoir für zusammenzukommen, sobald wir das Navi haben. Ich kann mich nicht festlegen, ich kann nicht für die andere Institutionen schwarzen. Okay, aber... Das hat auch schon gesagt, wir konnten zugeschwärt, dass das eben schnellst möglich soll gehen. Danke. dass wir nicht mehr in den Institutionen sind, dass es nicht gestimmt ist. Wie gesagt, das darf noch ein bisschen dauern. Nein, das soll nicht spezifisch sein. Wir wollen einfach einen globalen Effekt. Wir wollen einfach durch die Dormesur eine gewisse Quantität und Interaktion, ob das Lohäle oder Juncker sind, einfach aufkriegen. Wenn das Lohäle oder Juncker bleibt, dann haben wir per Definition natürlich all die Interaktionen, die sonst noch ab der Zeit laufen, mit dem Risiko, den wir da verbunden haben, haben wir irgendwo aufgedrückt, dass das unnuanseert eigentlich. Das sind wirklich eine generelle Masur, die den Impact wirklich auf die Quantität und Interaktionen aufzielt. Ja, nochmal, Ines Kurschert ist schon noch ein Detail vor zu den Schäulen. Und zwar vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr sie beantworten könnt, oder ist das vielleicht den Herr Schmidt? Und zwar bei den Schäulen, die von der Rente und eigentlich schon in Maskenpflicht bei sich angefordert hatten, also wo die Schüler die ganze Zeit eigentlich ihre Maske aufbehalten haben, an Scheren, aber da ist das natürlich immer stichprobenartig, dass da zum Teil Schäulen sind, die tatsächlich noch nicht so viel Fell durchsäkulären haben. Kennt ihr so, dass die Maske so in Effekt holt? Also, oder ist das, ja, oder ist das bisher noch nicht zu bestimmen? Ich meine nicht, dass wir hier nicht auswendig so unpräpariert sind, weil ich weiß, dass die Sekundärschulen nicht die Maskenpflicht sowieso gehen. weil das aber nicht der Fall ist an der Grundschule. Ich weiß nicht, was ich vergierst habe. Du hast gesagt, im Horecabereich wir haben das im Kouvre, wir müssen um die Ehebäuer da heben sehen. Die Koffer scheinen da ist eine Diskussion darüber, ob ihr einen Kaffee in einem Restaurant da schon habt, sollten um Zängen zu machen. Sie haben sich dafür gewählt, Ich denke, dass es nicht nur einen riesigen Unterschied macht, die eine oder die, ja, in allen Stunden einen Unterschied muss, eine balanciere Decision. Das war der Uschweiz, der sie nuanciert hat, dass sie gesagt hat, die Restaurant sind um 10 Uhr und dann eine Sperrstunde um 11 Uhr. Das ist eine Diskussion, die man hat. Die muss für mich persönlich nur nicht wirklich sein, weil, ich muss sagen, das ist ganz unterschiedlich, wenn die Leute verstehen, dass die Trägelast, das steht für sie, um 11 Uhr zu heben sind. Und dann, dass das Spätzensucht Kaffee in einem Restaurant zu sein soll, muss für mich sein, wie viel die Stunden da anzuräumen, wie sich nicht richtig, wo das den großen Unterschied nicht schmecken soll. Die Leute verstehen, dass sie zu einer gewissen Zeit einfach bebannen sind. Und da muss Schiedfried für sich gucken, in der Funktion, wo in der Wehrs, wo in der Wehrs, wo in der Wehrs, wo in der Wehrs, wo in der Wehrs hinzukriegen. Denn die Stunden gibt auch noch nicht mehr Räschle, weil ich sage mal, dass sie den ersten vier Stunden haben, und dann hat sie für eine Stunde, da muss man noch nicht den Impact, den wir sehen, als dass das ab einer gewissen Zeit einfach eben zu ist. Weil das da wird man sich schon, dass man in der Wehrs hinzukriegen hat, wo in der Wehrs hinzukriegen ist. Es geht noch nicht unbedingt darum, ob das am Café ist oder am Restaurant. Oder eher, wenn es private Rassemblemente oder Sport-Event, den Massage bei Äußern ist effektiv dann, ja, dass man Englisch sehen, wenn ich eben so rau sein soll, wann insofern. Merci. Vielen Dank.